Aber der wird sich heute auch nicht mehr ausbilden, verzeihen Sie, es ist fast 1 Uhr nachts. Ne, ne, wie gesagt, darum geht's ja gar nicht tatsächlich, darum geht's ja gar nicht. Es geht eigentlich nur um folgendes, was passiert, wenn ich zum Beispiel die Dame hier durchfinger, riecht dann eigentlich mein Finger nach Fischstäbchen? Wissen Sie das? Nein, da wird hoffentlich ihr Finger gebrochen sein. Äh, okay, gut, dafür, dass du zieh' ich mich tatsächlich aus dem Leiden. Wir können einfach stehen. Hm, ja, ja, du bist ein SIP-COP, halt deine Fresse, schnell in der P-Spielen. Du Hurenso, du Hurenso, ich schick deine Mutter, ich schick deine Mutter und deine Freundin auch, du kleiner Bastard. Na, dann kickst du den Tasten, wa? Na, ha, 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 ha! Willst du sie verarschen? Denkst du aber auch, ne? Ja, Gott. Das haben wir nicht mehr auf dem Server. Ja, eben, gleich wird er sehen, dass es nicht funktioniert. So, ein Teammitglied wurde erfolgreich gerufen, ne? Aber das geht ja gar nicht. Aber jetzt hab ich Luna was abgezogen. Easy Admin-Benachrichtigung, scheiße aber auch, ne? Aber das geht ja gar nicht auf diesem Computerspiel-Server. Coop. Tschüss, ich wünsch euch was. Tschüss. Oh mein Gott, war's lustig. Oh, Leute.